Willkommen, schön, dass Sie dabei sind bei einem Aktionär-TV-Experten-Interview. Heute mit Andreas Deutsch. Hallo. Hallo Marco. Die Tech-Rally geht ja quasi ungehindert weiter, setzt sich fort. Dazu gehört natürlich auch Amazon und die setzen auch drauf oder hoffen drauf, dass die Rally ganz sicher weitergeht und verstärken sich in jedem möglichen Bereich. Jetzt auch das Thema Hörbuch, Hörspiel, Podcast vor allem, das bucht ja total. Auch das greift mir nochmal an. Man hat ja ohnehin Audible schon seit geraumer Zeit am Start, aber es wird nur so ein bisschen, glaube ich, stiefmütterlich behandelt. Zumindest war es nicht so im Fokus gestanden. Könnte sich jetzt ändern. Ja, man hat eine Flatrate. Da gibt es sowohl Pläne jetzt in Amerika für 8 Dollar, dass man da zu erhält. Dann gibt es dann noch Premium-Plus-Version, wo man dann noch darüber hinaus was buchen kann. Der Markt, also allein für Podcasts, sehr interessant. Eine Milliarde im Moment schwer, aber wächst sehr stark. 3,3 Milliarden werden wir da 2024 geschätzt. Darüber hinaus Hörbücher, wie du schon gesagt hast, wächst auch sehr stark. Alleine in Amerika 20 bis 25 Prozent, also großes Wachstumspotenzial. Und wenn man schon sagt, viele Bereiche sind schon gesättigt. Streaming noch nicht ganz so, aber Musik und sowas deutlich höher. Und da sind wir halt wirklich noch sehr am Anfang. Also für Amazon fällt das ein relativ kleiner Markt, aber viel Potenzial. Und es besteht natürlich immer die Chance oder die Möglichkeit, dass Amazon einfach sagt, das packen sie noch als Gimmick obendrauf für Prime, dass Prime noch attraktiver wird. Und da die Kunstzahl dann auch steigt. Also wieder mal so ein Schritt, wo man sagt, ja, ist ein Versuch wert. Man hat ja viele Versuche unternommen, auch die Fußballübertragung. Nicht so richtig weiterverfolgt. Aber es tut sich auf jeden Fall viel. Man versucht viel. Man lässt dann auch natürlich wieder Sachen, aber das Große und Ganze stimmt nach wie vor. Und das spiegelt sich weiter sensationell im Chart wieder. Wir hatten es ja schon angesprochen. Das aufsteigende Dreieck. Hier gelangt der Ausbruch. Wir haben eine kurze Testphase. Und jetzt hier mit Schmackes drüber. Gestern wieder ein neues Rekordhoch. 3.441,85 Dollar. Und wenn man jetzt hier die Linie sieht, sind wir bei 3.800. Also rein charttechnisch geht da noch einiges. Und wir haben es ja auch schon mal ausgegeben. 4.000 Dollar ist das magische Kurs für Amazon, weil dann ist die Aktie der Börsenwert wie viel? 2 Billionen. Sehr gut, Marco. Also da haben wir schon die Apple-Marke dann. Also hätte Amazon auch die Apple-Marke durchbrochen? Das wäre dann die Apple-Marke, genau. Und ja, das schauen wir mal. Also es sind 16 Prozent, die da noch fehlen. Bis zu 2 Billionen ist jetzt bei dem Momentum, bei der Rallye nicht mehr so viel. Gut, also wir müssen uns das Alter durch. Jetzt nicht merken, wird sowieso da eine Kürze wieder übertroffen. Ich bin schon mal auf ein anderes Unternehmen, das du, ich denke, zum ersten Mal dabei hast. Zumindest, wenn wir uns gegenüberstehen, haben wir noch nicht drüber gesprochen. 1.800 Flowers, ein amerikanisches Unternehmen für Blumen und auch Gourmet Lebensmittelgeschenke. Und offensichtlich lief es oder läuft es sehr gut. Zumindest lässt der Chart drauf schließen. Ja, auch wieder so ein Gewinner des ganzen Digitaltrends. Im Grunde ist es eine sehr spezielle, sehr kleine Amazon. Also wie du schon gesagt hast, man hat sich hier konzentriert darauf, auf Blumen zu verschicken oder Präsentkörbe. Das funktioniert so, dass man online geht und sich auf das Angebot dann schaut. Per Klick auswählt. Die Präsentkörbe werden dann, beziehungsweise Bestellungen werden von Bots dann übernommen. Also alles automatisiert, digital. So entstehen dann auch für das Unternehmen halt relativ geringe Kosten und es funktioniert gut. Es hat im Lockdown, wenn man das jetzt mal sieht, hat es auch gut, sehr gut funktioniert. Die Zahlen waren stark von 1.800. Nein, sorry, 1.800 Flowers. Und naja, es ist ein schönes Unternehmen, eine gute Strategie, die dahinter steckt, dass man sich darauf spezialisiert hat, mit einem Klick dann Freude zu machen zum Hochzeitstag. Und wir haben ja jetzt auch hier in solchen Bereichen im Einzelhandel Probleme, im stationären Einzelhandel, Blumengeschäfte oder halt, wie nennt man sie, Süßigkeiten, Läden, Schokoladen, die ja natürlich auch diese Problematik haben mit den Masken und sowas. Und deswegen ist es hier clever gewesen, dass das Unternehmen irgendwann gesagt hat, wir verlagern das ins Internet und es läuft. Und die Aktie hier hat sich wunderbar entwickelt im Moment. Kurze Konsolidierungsphase, laufende Empfehlung ist der Aktionär, klarer Gewinner hier dieser Corona-Krise. Also klingt so, als hätten wir nicht das letzte Mal auf diesen Wert geblickt oder darüber gesprochen. Nautilus haben wir ja auch schon öfter thematisiert. Wir haben zuletzt die Rekordzahlen angesprochen, das war vor ein paar Wochen. Jetzt gab es einen kleinen Rücksetzer, aber wollen wir uns ein bisschen Luft holen oder wie schätzt du es ein? Völlig normal. Also ich meine, die Aktie ist sensationell gelaufen hier. Da hat man ja diesen super steilen Aufwärtstrend. Dann mal so einen Debt-Gewinn mitnahmen, weil das Unternehmen auch logischerweise gesagt hat, das kann nicht so weitergehen. Irgendwann, wenn die Fitnessstudios alle wieder aufmachen, dann gehen die Leute halt da wieder pumpen und Cardio machen und sowas. Und ich glaube aber trotzdem, dass sich dieser Trend einfach fortsetzt. Wir haben es ja hier schon oft besprochen. Pelleten ist ja das Gleiche in Grün, dass man halt wirklich sagt, man ist flexibler, wenn man sich so ein Fitnessgerät dann zu Hause aufstellt. Man kann Sport machen in der Mittagspause, direkt nach dem Dienst. Läuft einfach gut. Und das könnte da wirklich so sein, dass es für einen Teil der Sportbegeisterten die Alternative ist. Der Trend, das muss man auch einfach sagen, geht meiner Meinung nach einfach überhaupt zu mehr Sport, weil das Gesundheitsbewusstsein durch diese ganze Corona-Geschichte enorm gestiegen ist. Und das hat ja jetzt jeder mitbekommen, was die Risikofaktoren sind. Die Risikofaktoren sind dann zum Beispiel auch mal Übergewicht. Und vielleicht erleben wir jetzt eine neue Sportwelle. Und das ist natürlich auch immer so dieser Trend, mach ich Sport zu Hause, dann bin ich bei Nautilus zum Beispiel. Und deswegen jetzt hier auch wieder haben es einige direkt genutzt und diesen Dip zum Kauf genutzt. Es gab so wieder gute Zahlen von Dick's Sporting Goods, die auch wieder zeigen, dass ich mit der Einschätzung recht habe, dass Sport einfach doch jetzt nochmal einen richtigen Boost bekommt. Slack ist unser nächster Wert. Da müssen wir auf die Zahlen warten. Am 8.9. wird es die dann geben. Aber das kann man schon einschätzen. Wie läuft es momentan so für Slack? Also wir hatten ja hier einen Aufwärtstrend durch dieses ganze Stay-at-home. Homeoffice hat Slack natürlich auch profitiert, weil die Unternehmen, die Angestellten soweit es ging, dann ins Homeoffice verlagert haben im Lockdown. Hat Slack profitiert, weil die Arbeitsabläufe dementsprechend dann auch gut waren. Und naja, dann kamen die Leute dann wieder in die Büros zurück und Slack hat konsolidiert. Jetzt haben wir ja grundsätzlich wieder diese Problematik bei den Reiserückkehrern. Gehen sie dann eine Woche in Quarantäne, gehen sie zwei Wochen in Quarantäne, ist natürlich der Wahnsinn. Und in den Urlaub werden sie dann nicht gehen, aber arbeiten werden sie dann weiter müssen. Und das verlagert sich jetzt natürlich dann auch wieder ins Homeoffice und dann wären wir wieder bei Slack. Hochinteressantes Unternehmen. Hat sich auch spezialisiert auf, oder hat sich auf die Fahne geschrieben, die Kommunikation sicherer zu machen. Sicherer als WhatsApp zum Beispiel. Mail ist ja sowieso nicht mehr ein gängiges Mittel. Und ja, ist nach wie vor super spannend. Und auch die Konkurrenz dann mit Microsoft. Also ich finde Slack gut. Aufgrund der gestiegenen Corona-Zahlen muss man ja immer mehr oder neue Wege finden, wie man damit umgeht. Ein Shutdown gilt dann doch als unwahrscheinlich, damit die Wirtschaft nicht komplett am Boden liegt. Es gibt andere Mittel und Wege, wie man für mehr Sicherheit sorgen könnte. Und da kommt dann vielleicht oder sicher Signify auch ins Spiel. Ja, genau. Also es gab jetzt letztens, vorgestern habe ich es gelesen, ein Virologe, der gesagt hat, jetzt wo es kälter wird draußen, man kann nicht die ganze Zeit lüften. Das ist ja diese Problematik mit den Aerosolen. Wie bringt man sie aus den Räumen raus? Er hat auch dafür plädiert, technische Möglichkeiten zu suchen, wie die Räume dann sicher werden. Und da wären wir halt bei Signify, die sich ja von der Boston University haben bestätigen lassen, dass Coronaviren sehr schnell eliminiert werden durch UVC-Licht, was an der Decke angebracht wird, was so installiert wird, dass es keine Gefahr darstellt für Menschen an dem Raum. Es gibt ja einmal die Sterilisation von Kontakten, von Oberflächen und einmal der Luft. Und gut, man weiß jetzt mittlerweile mit der Schmiereninfektion ist es nicht so bei Corona, aber die Aerosole sind es. Und die Aktie, man sieht es hier, nimmt immer mehr Fahrt auf. Letztens ein neues Verlauf so gemacht. Und ich glaube einfach, wenn jetzt die Politik das erkennt und dann sagt, okay, das ist der Weg, da können wir investieren, wer halt das Geld, grundsätzlich auch für Viren danach, dann ist es auf jeden Fall hier ein guter Boost. Es sind schon jede Menge Corona-Profiteure sozusagen mitgebracht. Auch die Online-Retail, also die Online-Fashion-Branche, die hat ja auch zum größten Teil profitiert. Wir sehen, Boost hat auch Zahlen präsentiert. Und anders als wir schon noch gleich auf andere Werte, Global Fashion Group, da waren die Zahlen nicht ganz so überzeugend, aber da waren sie überzeugend, oder? Da waren sie überzeugend. Also das ist auf jeden Fall ein schöner Player in diesem Bereich. Online-Mode, Potenzial sind ja in Nordeuropa sehr aktiv. Das Potenzial ist da noch sehr groß und das Unternehmen steht hier auch erst am Anfang bei Boost. Wie gesagt, Zahlen waren stark, super stark gewachsen. Aktie hier wunderbar ausgebrochen und wir haben sie später empfohlen. Genau, jetzt gehst du auf Global Fashion Group, aber nicht zu spät, die Aktie auch deutlich im Plus. Ja, du hast es schon angesprochen. Also da war natürlich nach der Rallye die Erwartungshaltung extrem hoch. Wir sind dann auch leider ausgestopft worden, aber immerhin gab es dann noch einen Gewinn von 25 Prozent. Ja, der Ausblick, der war jetzt nicht so knaller, aber sollte man auf jeden Fall auf der Watchlist behalten, das Unternehmen. Weil die Strategie finde ich interessant, sich auf Schwellenländer zu konzentrieren, wo auch immer mehr online bestellt wird. Und naja, also die Aussichten für den stationären Munde handeln sich einfach nicht die besten. Gucken wir noch auf den Big Player natürlich im Segment Zalando. Momentum auch hier bei Zalando, wie bei Boost Sensationell hier wieder mit einem Rekord hoch. Und wenn man sich den Börsenwert anschaut, 17, 18 Milliarden, das ist halt bei dem Potenzial, was da noch ist. Und wenn man sieht, wo Amazon immer stand und wo Amazon jetzt steht, Sensationell. So viel zur Modebranche. Zuletzt wollen wir mal wieder in den Garten oder ins Heim zurückkehren. Hornbach Holding als letzter Wert. Wir sind kurz vor der Dreistelligkeit. Glaubst du, das könnte bald geschehen, dass wir da ausbrechen noch drüber? Also ich glaube, dass der Markt das jetzt bald sehen will. Und naja, die Story habe ich ja hier schon oft gesagt, durch dieses ganze Cocooning durch Garten. Und wenn man das jetzt halt wieder überlegt, mit der Quarantäne-Pflicht dann, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt. Die Leute haben dann einfach mehr Zeit zu Hause. Und ich weiß ja gar nicht, ob jetzt, ob die Leute dann überhaupt noch Lust haben, groß wegzufahren. Irgendwann kommen ja dann die Herbstferien. Und wenn ich dann denke, dass ich dann vielleicht in Quarantäne muss, dann bleibe ich halt lieber zu Hause und schaue halt, dass ich dann irgendwie heimwerkele oder sonst was. Und dass Hornbach dann auch über den Sommer hinaus profitiert, was sehr ungewöhnlich ist. Und deswegen glaube ich, hier die Aktie des Momentums einfach stark ist. Gut, dann schauen wir mal, ob wir hier schon mit drei stillen Kursen stehen. 90 Prozent, laufende Empfehlung. Wir hatten sie, glaube ich, Anfang Mai im Heft. Und naja, das Momentum sehr nationell. Dann war es das für heute. Dankeschön, Andreas. Sehr gerne. Ja, danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.